Ich möchte als erstes mal ein Kompliment an meine Mannschaft riechen. Meine Mannschaft hat mit der Ausnahme in den ersten 20 Minuten heute auch richtig gut gespielt, sehr gut dagegenhalten und von daher denke ich mal, dass sie heute für uns hätte rausspielen können. Die Mannschaft hat wirklich alles in Barb Schall geworfen und dem FFC Frankfurt sehr viele Probleme bereitet. Und da kann ich auf diese Mannschaft auch stolz sein. Wir haben auch verpasst, wie gesagt, sehr viel Respekt an man hat die ersten 20 Minuten, wo der FFC besser aufgekommen ist. In dieser Phase des Spiels fiel auch der entscheidende 1-0 etwas unglücklich, wo wir die erste Ball auch nicht geklärt haben. Dann auch schon in der ersten Halbzeit sehe ich auch ganz klare Elfmetersituation für uns, der nicht gepfiffen worden ist. Wo die Silvia Arnold im Zentimeter von hinten umgesäbelt würde. Da hätte man, denke ich, auch wieder pfeifen können. Bei dem Wattenschuss und so weiter wurde der Ball gesprungen, weiß ich auch nicht. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch einige Szenen, wo unsere Spielerinnen Sarah Debritz und Melanie Leupold durchgebrochen sind, die von hinten umgezogen worden sind. Alles wurde mir gehandelt. Und ja, gut. Wir haben gute Leistung geboten und wir stehen jetzt mit seinen Händen da. Aber wie gesagt nochmal, ich bin stolz auf diese Leistung und diese Mannschaft. Und die Mannschaft hat wirklich mal jedes sehr gut, sehr starkes Spiel auch gegen eine Spitzermannschaft, wie FC Frankfurt ist, starke Spiele gezeigt. Und darauf können wir ja weiterhin aufbauen. Wir haben junge Mannschaft, wenn sie ein bisschen mal erfahren wird. Da werden wir auch andere in der Lage sein, auch in Wolfsburg oder in Frankfurt auch zu bestehen. Und daran arbeiten wir weiterhin mit der höchsten Universität. Danke. Ja, ich finde wir haben vom Angriff weg eigentlich ein gutes Spiel gezeigt. Haben dann unnötigerweise die Freiburger wieder gebeten mitzuspielen gegen Ende der ersten Halbzeit. Das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit leider weitertragen müssen, dass die Freiburger dann gesehen haben, dass wenn wir zu viel spielen wollen, dann auch mal die Möglichkeit ist uns unter Druck zu setzen. Allerdings haben wir da unseren Teil dazu beigetragen auch. Wir haben dann versucht wieder ein bisschen klarer zu spielen in der zweiten Halbzeit. Haben auch, denke ich, wieder von den Ballbesitzanteilen dominiert. Wir müssen aber dann auch die nächste Aktion zum Tor und auch mal im Tor umnützen. Es ist dann einfach so, dass wir das zweite Tor schießen müssen und dann sagt sich auch keiner mehr was. Wir haben ja auch so eine Dreifachbelastung quasi, obwohl wir keine Champions League spielen. Viele Spielerinnen hatten ja jetzt auch zwei Spiele gehabt in den letzten zehn Tagen. Einige Spielerinnen haben auch Blessuren davon getragen. Wir haben mit unserer medizinischen Abteilung das alles soweit ganz gut in den Griff gekriegt. Wir hoffen, dass nächste Woche auch die Chelsea Rich wieder zurück ins Mannschaftstraining kommen kann und auch mit Zweikämpfen wieder beteiligt sein kann. Ich denke auch, dass wir alle anderen so weit wieder auf die Beine kriegen, dass sie auch nächste Woche das Spiel spielen können. Wie sieht es bei Sandrine Britteny aus? Das wird ja auch sehr wichtig sein für die nächsten Spiele, dass der Sturm fahren wird, nachdem jetzt Giorno ausfällt, auch präsent ist. Ja, Sandrine hat eine Sehnenreize im Knie, deswegen ist es bei Jömer so ein bisschen von der Dauer der Belastung auch abhängig. Wir hatten uns heute mal zurechtgelegt, dass wir sie maximal eine halbe Stunde verlassen können. Der Spielverlauf hat sich so ganz zugelassen, dass wir da anders wechseln konnten. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir diese halbe Stunde ein bisschen ausweiten können jetzt über die nächsten Wochen hin. Aber so eine Reizung ist nun mal eine Sache, wenn man hier nicht in Ruhe lässt, dann wird ja auch nicht besser. Ja, Melanie Bäringer hat heute nicht von Anfang an gespielt. Sie hatte ein bisschen Probleme gehabt mit den Knien der Zeit vor der Nationalmannschaftspause. Sie hatte ja keine Pause, weil sie ja bei der Nationalmannschaft war, hat da auch gespielt. Und wir wollten heute einfach gucken, dass sie im Moment einfach nicht die Frische mitbringt, dass wir sie da nicht in eine Situation bringen, wo sie dann einfach nicht die Leistung abrufen kann, die wir von hier gewohnt sind. Ich kann nur sagen, was ich gehört habe. Ich habe es nicht gesehen und habe auch nicht mit den Schiedsrichterinnen gesprochen. Da sei wohl gespuckt worden. Das ist meine Information. Aber es ist nicht bestätigt. Das ist grüßend. Da kommt den Schiedsrichterinnen und die Schlüssel. まあ, wenn man die Schlüssel mitbringt. Dann fällt es nicht mehr und auf dem Schiedsrichterinnen und die Schlüssel. Dann kommt die Schlüssel pro Tag in einen Schiedsrichterinnen und die Schlüssel. Vielen Dank.